Herzlich Willkommen Leute zu Let's Play Skill Wir machen Team Deathmatch auf Damm, 8 gegen 8, aber wir sind gerade 3 gegen 3 Gut, ich hoffe ich werde jetzt nicht wieder so abscheißen wie letztes Mal Ja, weil letztens bin ich ja voll abgeschissen in den Runden Komm schon, wo seid ihr? Ja, ich hoffe jetzt wird nicht lecken, lecken Junge, lecken alter, ne lecken, aber so wie es aussieht Den ersten habe ich schonmal Warte mal, ich gebe euch auch mal ein paar Granaten Da, der kriegt ja auch ein paar Wo bist du? Komm schon, ich weiß dass du hier sitzt Komm schon, guck einmal raus und du kriegst einen schönen Schuss Rein, oh ja man, den hast du richtig schön kassiert mein Freund Oh, noch einen oder was sagst du? Ich muss mal hier weg, bevor die jetzt, gleich kommen die um die Ecke gelaufen, ja Und dann Ich hab ne Idee Oh, eigentlich wollte ich die Geblendgranate werfen, aber gut Boah, jetzt kriegt der richtig eine schöne Fuck, die Fläche vielleicht viel, viel zu weit Mann, schade Egal, 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 wir machen das, wir machen das Wart nur noch zwei Minuten das, Badge, Alter Wie schnell geht denn das? Also es muss schon deutlich mehr sein, ne, für so wenig Zeit Spass hier, da hat's ja davon, Mr. Tomato, Junge Oder Tomato, Tomato, mir doch egal Hör auf zu laggen, Skill Gut, das war behindert, da einfach mal reinzulaufen Ich hätt vorher irgendwie ne Rauchgranate werfen müssen, aber, na gut Wir wussten ja, wie es ausgeht Warte, nehmen wir mal die Rauchgranate Na gut, so Sind wir eigentlich dann schneller? Ich glaub, ich glaub schon, ne, wenn wir irgendwie so was Lockeres da haben Na, ich glaub schon, ich glaub schon Oh lei Kriegst du den? Kriegst du den? Ne, kriegt er nicht Ah doch, die haben ihn Okay, warte mal Mein Gott, wie schlecht hab ich denn geschossen Ich hätt den geholt und den anderen bestimmt auch Hätt ich nur nicht so daneben gesetzt, ey Ohne Witz Wenigstens lag das hier, okay Immer diese zwischendurch so dick, diese lags, ne Dafür entschuldige ich mich, aber zum Glück lag das nicht so hart Wie bei Minecraft immer, wo ich mich immer voll drüber aufrege, z.B. bei Adventure Map Bei normalen Spielen ist mir das egal, aber in Adventure Map ist das was anderes, ja Da darf es nicht laggen Das, da, guck da schon wieder, ist schon wieder Was soll das, Alter, ohne Witz Na, komm, ich hab... Loh, ich hab die Waffe gewechselt, ich wollt nachladen Oh, springen Wann mal, nehmen wir mal unsere Blattgranate in die Hand Im letzten Moment können wir sie vielleicht noch mitflaschen Ach, äh, können wir sie flaschen und dann vielleicht uns noch mit Na, da bist du scheiße, wie du denn Granaten wirfst Na, immerhin Den haben wir uns geholt Spezialist, Mann Krollate Ja, Siggi, gewonnen Immerhin, immerhin Ich spare grad für ne Sniper Und wenn wir Sniper haben, dann gehen wir erstmal schön auf ein paar Mips und Snipern da weg Ich hab mir die Che-Mech-Te-Te-Ding-Da-Bl-Booms-Da-Ding Ne? Ich hoffe ihr wisst bescheid, was ich meine Neun Kills leider nur Aber gut, aber gut Dann nehmen wir uns doch, nehmen wir uns doch Lost Temple Team Deathmatch Los geht's Ach, bereit erst, das will ich nicht Ich glaub das steht, Spiel läuft Hardcore Team Deathmatch Haben wir auch noch nie gehabt, ne, dann machen wir das einfach mal Gut, 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 gut Wir sind gleich im Spiel, Leute, haut rein So, da sind wir wieder Ja, ich hab extra die Aufnahmen posiert, damit das schneller geht Das ist glaub ich jetzt, ist das Hardcore Team Deathmatch? Keine Ahnung, anscheinend irgendwie, auf jeden Fall Team Deathmatch oder Hardcore Team Deathmatch Irgendwas wird's schon sein Ja, wenn's nicht so hart legen würde, hätte ich voll Bock drauf das zu spielen, ohne Witz, aber Irgendwie Oh, Alter Ein Schuss angesetzt, ne, das war's Ah, lol, hier ist mit One-Shot Deswegen hab ich auch, äh, mich gewundert, warum wir keine Lebensanzeige unten links haben Hier ist einfach One-Shot, glaub ich, sowas Das ist natürlich cool Boah, ohne Witz, Dix-Durine, willst mich eigentlich voll flachsen, Alter Ich würd' ja, ohne Witz, ich würd' ja auch gerne mal manchmal Fraps benutzen, aber Fraps frisst einfach so viel, ne Fraps frisst einfach so viel weg an Speicher, ne, und ich kann mir nicht erlauben, so viel Speicher wegzunehmen Alter, ich seh' nichts Mein Gott Deswegen benutze ich, boah, Junge, ohne Witz, ne Deswegen, Alter, da läuft der genau jetzt weg Komm, ich will mal einen Kill machen, ey, was soll das? Leute, Alter, ich will einen Kill machen, was soll das? So, aber, jetzt aber Boah, Alter, diese zwischendurch, Alter, diese Legs, ne, einfach nur Alter, what the fuck, ey, ich hab noch nicht mal ein Fadenkreuz, merk ich gerade Also, ziemlich Hardcore Team DIRF, Mensch Da bin ich mir sicher Na, immerhin, ey Gut so, gut, Dix-Durine, gib mir ja fucking Legs, damit ich das voll verkacke, ey Mann, ey, ich kann kotzen, Mann Schon wieder, ey, was soll das? Fick dich, Dix-Durine, ohne Witz, ey Hör doch einfach auf und bleib einfach auch in ner konstanten Dingens Frames zahlen Ohne Witz, bitte Oh, jetzt hab ich ihn noch geholt Trotz Leck Boah Oh Gott 30 Sekunden noch Den hab ich noch mit geholt Den hab ich noch schön mit geholt Ich glaub schon, irgendeiner noch LOL What the fuck, ey Ich schnell mal nicht, auch hier kill bei Hardcore Team Deathmatch Ja gut, okay, es ist ja Hardcore Team Deathmatch, wie gesagt Kein Wunder Kein Wunder Paar Sekunden noch Oh Mann, Alter Ich kann grad nix reißen In Skill ohne Witz In letzter Zeit ist irgendwie Mein Skill weg Ohne Witz Für dieses Spiel Wir sehen uns gleich in der nächsten Runde, haut rein So, da sind wir wieder Team Deathmatch auf Damm Schon wieder irgendwie, wie das ist jetzt hier die meistgespielte Map überhaupt Ich weiß nicht warum Die müssen da jetzt geflasht sein, oder nicht? Komm schon, guck raus Ich weiß, dass du da bist, komm Alter, was, ey Mann Das ist doch ein Witz Ich bedank mich übrigens an den Kommentar, den ich letztens gelesen habe, ja Von, äh, Steven, keine Ahnung Noch wat Da krieg ich erstmal einen geilen Headshot reingeballert Das ist, äh, normal so Äh, ans irgendwie Steven oder so Dass ich, äh, total kacke bin Und ja, ich bin kacke Das, äh, weiß ich selber Ich kann irgendwie nix reißen in letzter Zeit und Ah, weiß ich nicht Oh, Snacker Ne, doch nicht Ich will meine andere Waffe wieder haben So, den hab ich noch mitgeholt Guck, der andere gibt ja einfach so Sperrfeuer, ohne Witz Das ist richtig geil, ey So, die müssen jetzt gleich geflasht werden Wo bitte, durch die fucking Wand Wird's mich verarschen, Alter, ohne Witz, ey Die, 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 die stürmen bei uns hier rein, ne Also, ich, Alter, Flash Boah Ich hab wirklich nur rumgedreht Ich hab die, oh ja Granatenkill Granate! Ich spiel mit der Skaha, Junge Das ist eigentlich gut, dass die zu uns laufen, weil dann, äh, laufen die jetzt eigentlich so direkt ins Fadenkreuz Da können wir sie eigentlich richtig direkt holen, wenn wir wollen Das ist eigentlich, ähm, besser, trotzdem verlieren wir Oh, die hab ich ja weggeholt Oh, Granate Granate Flash Alter Fuck, ey Hab ich die noch geworfen? Ja, ich hab sie noch geworfen Ich müsste sie noch geflasht haben Ich müsste sie noch geflasht haben Und das nicht ohne, ey Oh, ne Sniper Die nehm ich doch gerne Denken wir uns mal unsere... Weißt du, ohne Witz, ey Was soll denn das? Da guck ich so, zack, Alter, krieg ich direkt einen rein, ey Ohne Witz Fick dich doch Ich bin so kacke, Alter Ich bin so scheiße, ohne Witz Ich bin einfach so kacke Die laufen hier bei uns einfach so rein, ey Ohne Witz, was soll denn das? Was? Werf die Waffe Werf die Waffe Werf die Waffe Werf die Waffe Was ist das denn für eine Waffe? L8 L8 6 A1 Die ist wohl dies eine mit diesem Sperrfeuer-Ding Komm schon, kommt doch raus, Mann Schlaş réduft Werf Hone L8 Ja Komm schon irgendein Gran Tail Wer Ohja, wie geil sie ist. Die bin Bitte Natürlich Hammergeil, ey Ich muss ja auch so fucking wenig leben warum Boah, ne Sniper wär jetzt in diesem Fall so was von geil, ohne Witz Ich wär einfach so der mega bringer Boah, Junge, Alter Wie viel hat die denn mit drinnen? 75 Schuss Komm schon Irgendeiner Lex, Mega Lex Boah, die Waffe ist ja voll geil, Alter Um Sperrfeuer zu geben, ohne Witz Loi, Alter, wurde ich geholt Egal, ich hatte nur noch 7 Schuss, was würde ich machen? Haha, 13,9 Hammergeil, so schnell kann es gehen Das ist ja wohl mega geil Ach, Sniper Jetzt werden wir unsere Sniper-Künste mal auf die Probe stellen Ja, um mal zeigen, was wir hier drauf haben Dass die AWP Alter Alter Boah, Mann Ich hab doch schon abgedrückt Ich hab doch schon abgedrückt Das ist doch ein Witz Ohne Witz, ey Oh, Leute Die Waffe noch raufheben, schnell Gibt sie die Waffe noch am liegen? Meine? Ach, fuck, da ist sie weg Boah, Alter Ich krieg schon hier Schüssel reingeballert Ohne Witz, ey Und dann auch so ne Distanz Die sollt schon anzeigen, wo die Granate explodiert und wo nicht Ja So, jetzt Ich hab hier ne schöne Flash reingekriegt Oh, fuck, wo kommt der denn her? Mann Komm, Leute Witz, ey Fick dich, Camper Ich werd sich jetzt da wegholen Glaub mir, ich werd sich jetzt da wegholen Ich weiß, dass du da sitzt, du Homo, ey Spastika, Alter Wie viel frisst der denn? Legs über Legs, Alter Ich krieg hier nichts geschissen, ey Nur am Leggen das Spiel Fick dich, Dickstury Ohne Witz, ey Warum leggst du denn? Mann Das war ja nie so vorher Ohne Witz Geile Flash reingeworfen Oh, guck mal, wie das rumleckt, Alter Ich fang gleich an zu weinen Ohne Witz Ich fang gleich an zu weinen, ey Wie das nur rumleckt Ich bewege mich nur Guck mal, schon wieder, Alter Wie das nur rumleckt Ich fang gleich an zu weinen, ohne Witz Ich fang gleich an zu weinen, ey Ja, wir haben verloren, ey Was willst du machen, Alter Ne, ich hab echt gesagt Kein Bock mehr auf Skill jetzt gerade Im Moment Ich bin gerade richtig abgefuckt, ey Wie noch nie Boah, da legt es einfach nur rum Da legt es einfach rum Boah, ey Fick dich, Alter Scheiß Skill Haut rein, Leute Wir sind's dann in der nächsten Folge Ciao Oh, gosh Oh, gosh Oh, gosh